GMP1 TV bei Integra FC 11 von Jabrail Lulatov hier an meiner Seite, der gerade im Halbfinale des Turniers gekämpft hat. Leider ging es nicht so aus, wie du es dir vorgestellt hast. Gleichzeitig müssen wir natürlich fragen. Vielleicht kannst du kurz runterscrollen bzw. runterschwenken. Man sieht, du hast dich verletzt. Gib uns ein kleines Update, wie du den Finish erlebt hast. Du musstest in der Armbar aufgehen. Also ich bin ja zum Schluss in den letzten zehn Sekunden in den Armbar oder Triangel reingekommen. Dann ist er von Triangel zur Armbar gegangen und ich habe versucht durchzuhalten die letzten zehn Sekunden. Wie man sieht, sollte man nicht machen. Im Amateur-Sport vor allem. Lieber einfach tappen zwei Sekunden vorher. Armbis durch. Ich habe Knacks gehört. Ja, das war's. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe über Nacht halt ungeplant fünf Kilo runter bin ich gegangen. Voll bescheuert irgendwie. Ich sollte nur drei machen oder so. Und dann war ich mehrmals in der Sauna und so. Ja. Woran lagst du? Hast du nicht zwischengecheckt sozusagen, wo dein Gewicht ist? Einfach durchgezogen oder wie kam das? Also ich habe zu viele Anzüge drunter angezogen, dann Schwitzanzüge drüber, dann trainiert eine Stunde, dann nochmal in die Sauna. Ich war zum ersten Mal so oben mit meinem Gewicht und dachte, oh mein Gott, wenn ich da jetzt nicht mein Gewicht springen lasse, nämlich niemals im Turnier kämpfen. Na, für die ersten Minuten sah es dir doch sehr gut aus eigentlich, bis deine Luft sozusagen später dann weg war. Du hattest einen Triangle drin, du hast ihn mit einer Armbar, du hast glaube ich an einem Renaked auch ein bisschen versucht. Was war davon drin und wie eng war das? Also ich muss sagen, wir haben das in der Kabine geübt. Das hat so geil geklappt. Aber irgendwie muss ich sagen, meine Arme haben es früh zugemacht. Der Arzt meinte auch zu mir, komm mal zu mir rein und lass dich mal nochmal checken vor dem Kampf, weil der Impuls ist merkwürdig und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich echt zu, meine Beine waren die ganze Zeit schwer. Ich habe meinen Geschwistern nichts gesagt, weil die kämpfen selber heute, wollte keinen Stress verursachen. Ja und irgendwie voll, dann kann ich dazu nicht sagen. Das Kampf, der Junge ist super, also man merkt die Erfahrung. Der ist rausgekommen mehrmals und ist nicht so, wie sagt man, schockiert gewesen oder so. Hat mich gut unter Druck gesetzt. Ich muss sagen, ich habe kein Stand-up gemacht schon länger, aber ich habe auch nicht gedacht, dass der mir Probleme machen könnte. So weißt du, ich habe mich überschätzt, ihn unterschätzt, was man nicht machen darf. Ich glaube, der hat 30, 40 Amateurkämpfe insgesamt, wenn nicht mehr. Es ist natürlich keine Schande, gegen so einen erfahrenen Mann zu verlieren. Gleichzeitig die Frage mit dem Triangle, also kurz nachdem du deine Offensive sozusagen rausgepulvert hast, sah es aus, als ob du jetzt erstmal kurz Luft brauchst. Genau in der Situation hat er dich auch in einem Triangle sichern können. Du hast, glaube ich, das Klopfen noch gehört. Du wusstest, kurz davor endet, jetzt die Runde. Dass jetzt eine Sekunde vor Rundende ist, meinst du, hat das eine Rolle gespielt? Also ich sage dir ehrlich, ich hätte, also der hatte meinen Arm und ich hätte meinen Arm auch abreißen lassen, damit ich nicht der Professor. Und das war dumm. Ich rate das jeden Sportler ab, das ist Amateur oder auch im Profi. Lass das sein. Ich weiß nicht, wie lange ich habe Angst. Der Arzt meinte direkt zu mir, du musst ins Krankenhaus. Lass das sein, mach das nicht. Da gehen zwei rein, kommt immer nur einer raus. Selten, dass beide zufrieden rauskommen. Deswegen Sport, kein Krieg. Lieber Feuer teppen und verletzt bleiben. Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ansonsten gute und schnelle Genesung. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so ernst ist, wie es sich jetzt gerade in dem Augenblick vielleicht abspiegelt. In diesem Sinne nur das Beste für die Zukunft und hoffentlich bis bald. Bis bald, Illes. Danke nochmal. Danke an meine Sponsoren, Yangurus, Upcoming, Label, dass bald sehr groß wird. An Klassiker Düsseldorf, an alle Jungs und Mädels, die mich supportet haben. Tut mir leid, seht ihr, habe mir lieber Arm abreißen lassen, statt euch zu enttäuschen. Jedenfalls, ach und alles Gute an Anatoly, sehr starker Junge, keine Frage. Ich wünschte mir, der hätte mich zermatscht da, aber mir nicht meinen Arm verletzt. Aber so ist das. Alles Gute in Zukunft und an seinem Team auch alles Gute. Danke dir, danke.